Also da ich ja schon die Weihnachtsfeier vom letzten Jahr kenne, weiß ich eigentlich schon, dass es so toll wird wieder und oder ich kann es mir vorstellen, dass es so toll wird und letztes Jahr bin ich mit so einem geseelten Gefühl hier rausgegangen und war richtig so weihnachtlich eingestimmt und eigentlich habe ich wieder diese Erwartungshaltung, dass ich hinterher wieder denke, Weihnachten kann kommen, ich bin bereit. Also ich freue mich auf einen total schönen Abend, dass ich meine neuen Kollegen kennenlernen werde und dann gemeinsam im Januar gut ins neue Jahr starten kann. Ich denke mal heute wird ein schöner geselliger Abend, man kann sich mal außerhalb der Arbeit treffen, ein bisschen reden, mal ein bisschen privater reden, ist nicht immer in dieser Arbeitsatmosphäre und ich glaube das ist ein guter Jahresabschluss, damit man schön miteinander auskommen kann und dann auch vielleicht ins neue Jahr besser starten kann, weil man miteinander auch mal was anderes gemacht hat, außer nur aber. Ganz herzlich danke für ein fantastisches Jahr 2019 und zusammen bin ich überzeugt mit Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir die Herausforderung, die wir 2020 haben werden, gemeinsam schaffen, bewältigen und besser werden. Applaus Also ein Jahr mit ganz viel schöner Arbeit, ganz viele tolle Erlebnisse, gute Erlebnisse, gute Erfolge und halt ich freue mich jeden Tag zur Arbeit zu gehen, weil wir so ein tolles Team sind. Und ich liebe das Heidehaus. Natürlich zuerst an die 40-Jahr-Feier im Sommer, die war sehr schön. Ja, wirklich schön. Ja, also auf jeden Fall mag ich es, dass das mein erster Nebenjob ist und ich hier auch so ein bisschen gelernt habe, selbstständiger zu werden. Ich habe sehr viel über allgemein die Arbeit mit Eltern und Leuten gelernt, allgemein auch wie es ist, mal selber zu arbeiten und allgemein hat Hane Holding mir dabei sehr viel geholfen, ist sehr viel auf mich persönlich eingegangen und das mochte ich auch sehr sehr doll, weil das ja nicht überall so ist, dass es so personalisiert wird, sage ich mal. Und deswegen war es ein sehr schönes Jahr auf jeden Fall. Give yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. From now on our travels will be miles away. I thank you very much for all of your extraordinary support. I wish you a really blessed Christmas, a happy happy year of 2020.